Ich war fasziniert von den Abläufen im menschlichen Körper und arbeite sehr gerne mit Menschen. Es ist das Arbeiten mit den Menschen, aber natürlich auch, dass man was bewirken kann, auch sicher im Hinblick auf die Verbesserung der medizinischen Versorgung, also Diagnostik und auch Therapie. Und das ist eben das Zusammenwirken von dem Team, auch im Hinblick auf die Entwicklung von neuen Technologien. Ich denke aber, wir kommen weg von dem einfachen Betrachten eines Geräts und dann der Zyklus nach fünf oder zehn Jahren neues Gerät, sondern dass wir Pakete schnüren, in denen wir Entwicklungen auch über die Jahre nachvollziehen, dass es Updates, Upgrades gibt, dass vielleicht auch ein technischer Teilersatz stattfindet, dass wir sagen können, okay, für zehn Jahre wollen wir das jetzt sicherstellen. Das können wir eben, indem wir so ein Paket zusammengestellt haben. Das muss in Kooperation sein. Die Technik muss eben mit dem Fortschritt mitgehen oder manchmal ist die Technik der Fortschritt, der den Rest der Medizin mit sich zieht. Es muss moderne Technik vernetzt sein zwischen Krankenhauspraxis und Patienten. Ich sage mal voraus, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren über 90 Prozent der Therapien, die eine invasive Komponente haben, bildgesteuert stattfinden werden und zum Teil auch mit technischen Hilfsmitteln, beispielsweise Robotern. Das ist die Entwicklung und das ist so wichtig für unser Fach. Mein Name ist Professor Wiedinek. Ich bin der Chefarzt hier im Zentrum für Radiologie, Neuroradiologie, Sonographie und Nuklearmedizin im Brüderkrankenhaus in Trier.